Und für Tadei, Chris Schneider. Chris, du bist heute, glaube ich, aus Frankfurt oder gekommen, von der Sportschule, wo du die ganze Woche über bist. Wie bist du hergekommen heute, mit dem Zug oder mit dem Auto? Ich bin heute bei unserem Mannschaftskollegen Kevin Mehlen mitgefahren. Wir haben mit Alex und Kevin eine Verbindung gemacht und fahren dann immer zusammen runter und dann wieder nach Frankfurt zurück. Wie lange braucht man da in der Regel? Ihr fahrt ja immer Samstag los, so drei Stunden oder mehr? Ja, drei Stunden hin und drei Stunden wieder zurück, ja. Das heißt, du kommst hierher mehr oder weniger und hast sechs Stunden Fahrt vor dir. Heute hast du noch nicht mal einen Kampf gehabt. Ist das ärgerlich oder gehört das mit dazu? Ja, das ist schon ärgerlich. Ich hätte schon gern gezeigt den Leuten hier, wie ich mich entwickelt habe und so weiter. Aber man kann es im Endeffekt nicht ändern und dann muss man jetzt halt damit klarkommen. Man kennt dich ja von deutschen Meisterschaften. A-Jungen, glaube ich, ist jetzt rum. Du bist, glaube ich, nächstes Jahr schon bei den Junioren, oder? Ja, genau so ist es. Viele sagen, der Sprung von den A-Jungen zu den Junioren ist leistungstechnisch ziemlich krass. Viele malen sich da noch wenig Hoffnung aus. Wie siehst du das? Ist das für dich auch eine Meisterschaft für jede andere? Oder sagst du, naja, Junioren, da habe ich weniger Chancen? Wie siehst du das? Ja, ich sehe es auf jeden Fall so. Der Sprung ist auf jeden Fall da. Man, gerade weil ich jetzt in die 84 gehen will bei den Junioren, da sind schon gute Leute drin und auch gerade Brocken. Aber ich sehe das so an wie jede Deutsche und versuche mein Bestmögliches zu geben. Eine Frage noch. Seit wann ringst du überhaupt vom Alter her? Wann hast du angefangen mit dem Ringen? Ich ring seit der ersten Klasse. So ungefähr mit sechs, sieben Jahren habe ich angefangen. Eigentlich früher kann man schon fast gar nicht mehr anfangen. Und immer schon hier beim Erfurtadheim oder warst du vorher woanders? Nee, ich war schon immer, habe mein ABC beim Erfurtadheim gelernt. Nicht schlecht. Und ja, wie es aussieht, werden wir dich auf jeden Fall dann nächstes Jahr sehen bei den Junioren. Und ja, was machst du jetzt eigentlich? Du bist ja jetzt hier kamplos Sieger gewesen. Und wie sieht jetzt der Abend noch aus heute? Also ich werde jetzt erstmal nach Hause fahren, weil sonst komme ich hier gar nicht mehr nach Hause, obwohl ich in Thalheim bin, wo ich auch wohne. Aber ja, und danach werde ich wieder nach Frankfurt fahren mit unserer Fahrgemeinschaft. Okay, ja gut, ganz kurz, in Frankfurt oder selber ist ja ein Stützpunkt da auch. Ich glaube, da hast du ja minimal, wenn nicht mehr, dreimal die Woche Training oder noch mehr im Stützpunkt. Also wir haben pro VOR zehn Trainingseinheiten, jeden Tag zweimal. Einmal früh in der Schulzeit und einmal abends. Ja. Ja, vielleicht sieht man sich ja nochmal in der Rückrunde irgendwo. Ansonsten denke ich mal spätestens dann auf der Deutschen nächstes Jahr. Genau so wird es sein.